So, willkommen zu diesem Frage-und-Antwort-Video, denn ich habe auf Instagram ein paar Fragen gestellt und die möchte ich natürlich dann auch jetzt beantworten. Ist schon eine Woche her, aber ihr könnt natürlich auch immer wieder gerne neue Fragen stellen, dann werde ich die in den zukünftigen Videos aufnehmen. Es ist eine Frage zum Thema Bodybuilding und zwar, ist vielleicht nicht mein Gebiet, aber wie würde das Entladen, Laden aufsehen auf der Bühne? Ja, das ist natürlich wirklich nicht mein Gebiet und da sollte man vielleicht auf die Leute hören, die sowas eben auch schon seit Jahren entsprechend machen, wobei es da auch sehr unterschiedliche Methoden gibt. Nutzt man da jetzt irgendwelche Entwässerungstabletten oder ähnliches oder nicht und das Ganze vielleicht auch ketogen zu machen, ist vielleicht auch wieder nochmal eine andere Art, die man machen kann. Grundsätzlich würde ich aber immer dazu raten, dass man, wenn man eben laden möchte, das Ganze eben dann ordentlich macht und nicht mit irgendwelchen dreckigen Sachen in Anführungsstrichen, also Gummibärchen oder ähnliches, würde ich deshalb auch vermeiden, weil eben dann auch der Zucker drin ist, wo die Hälfte ja aus Fruktose und die andere Hälfte aus Glucose besteht und das kann natürlich dann eventuell auch zu Problemen führen. Worauf ich dann eben achten würde, wäre zumindest dann auch das Ganze aus langkettigen Kohlenhydraten oder irgendwie Maiswaffeln oder sowas dann zu machen, beziehungsweise dann eben auch darauf zu achten, dass man eben nicht auf der Bühne steht und Krämpfe kriegt, indem man dann auch natürlich an Salz und Wasser in ausreichenden Mengen denkt, denn man hat natürlich seinen Elektrolytehaushalt durcheinander gebracht durch die ganze Sache. Auf jeden Fall, grundsätzlich sollte man sich schon wirklich damit beschäftigen, auch mit den Problemen, die auftreten und das natürlich dann aus der Welt schaffen. Die Vorteile einer ketogenen Ernährung für Kraftsportler oder Ausdauersportler wurde gefragt. Im Großen und Ganzen würde ich definitiv sagen, die bessere Regeneration. Ich kann mich deutlich schneller regenerieren, habe in der Regel deutlich weniger Muskelkater, was natürlich dann im Umkehrschluss auch dazu führt, dass ich in den Trainingseinheiten intensiver trainieren kann, dass ich das Volumen hochfahren kann und dass ich längere Zeit eben auch in maximalen Bereichen unterwegs sein kann. Ich habe weniger Laktatbildung, ich muss die Pausen geringer, ich kann die Pausen dadurch eben auch geringer gestalten. Ich habe grundsätzlich natürlich dann, dass ich eben vornehmlich auch mit Fett arbeite, habe ich weniger das Problem, dass ich dann Energieschwankungen in irgendeiner Weise drin habe und und und. Also es gibt schon sehr viele positive Effekte durch die ketogene Ernährung, sowohl im Kraftsport als auch im Ausdauersport, die jetzt über das reine Muskelwachstum hinweggehen natürlich. Dann habe ich natürlich die Ketonkörper als anti-entzündliche Signalkörper quasi zur Verfügung und das kann natürlich auch dazu führen, dass ich weniger Muskelkater oder andere Nebenprobleme habe, vielleicht weniger Sehnenentzündungen und ähnliches, was natürlich auftreten kann. Alleine auch dadurch, dass der Muskel eben nicht so vollgepackt ist mit Glykogen und Wasser, was natürlich dann auch auf Knochen und Sehnen drückt und dann natürlich zu Reibstellen Entzündungen führen könnte. Also ich habe schon sehr viele Vorteile, die eben alleine auf das Training bezogen schon den Umfang erhöhen, die Regeneration erhöhen und alleine das wäre ja eigentlich schon ein Grund, die ketogene Ernährung im Training so entsprechend durchzuführen. Dann habe ich natürlich noch verschiedene andere Vorteile, dass ich dadurch, dass ich natürlich den Körper in die Fettverbrennung zwinge, dass er dadurch mit Mitochondrien ausbilden muss, er muss Blutgefäße ausbilden. Das heißt, ich habe da eventuell einen Vorteil, was natürlich auch in anderer Hinsicht Vorteil hat, zum Beispiel eben antioxidative Kapazität oder bei den Blutgefäßen, dass ich besser durchblutet bin, dass der Sauerstoff eben besser ankommt. Solche Sachen habe ich natürlich dann mit so einer ketogenen Ernährung gegenüber einer High-Carb-Ernährung definitiv. Und die ganzen Vorteile an sich werde ich in speziellen Videos nochmal genauer aufgreifen, wenn es dann in die Keto-Woche geht. Eine Frage, Mängel, wenn es um die Verwertung geht. Ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist, aber ich nehme mal an, dass damit eventuell die Verwertung von verschiedenen Nährstoffen in verschiedenen Lebensmitteln gemeint wird. Und da gibt es natürlich auch sehr, sehr große Unterschiede. Und das sieht man alleine daran, dass man natürlich mit einer veganen Ernährung, pflanzlichen Ernährung mit sehr vielen Ballaststoffen sehr oft aufs Klo muss. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, dass da natürlich einiges durchschiebt und relativ wenig dann auch im Darm aufgenommen wird, im Gegensatz zu Fleischprodukten, die natürlich dann fast vollständig zersetzt werden und vollständig aufgenommen werden. Von so einem Ei, was ihr jetzt zu euch nehmen würdet, bleibt nicht mehr wirklich viel übrig, was ins Klo gehört. Und dann sieht man das eben auch, dass man vielleicht zwei, drei Tage nicht aufs Klo muss, was eigentlich logisch ist, weil natürlich alles aufgenommen wird. Die Aufnahme ist bei Produkten oder bei tierischen Produkten oder was auch immer ohne Ballaststoffe natürlich auch höher, weil das alles nicht gebunden wird. Man hat eben gesehen, dass die Aufnahme gerade auch bei Rohkostprodukten dann eben sehr schlecht ist, weil solche Sachen wie Eisen, Zink, also die ganzen Mineralstoffe grundsätzlich, aber eben auch Vitamine dann eben gebunden werden und vielleicht nicht so gut aufgenommen werden. Das heißt, wenn auf der Verpackung draufsteht, oh, hier sind ja, was weiß ich, 100 Milligramm Calcium drin, dann ist es natürlich nicht so, dass das dann eben auch vollständig aufgenommen wird. Und je nachdem, wie die Zusammensetzung der Darmbakterien ist, die Magensäure ist, es hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab, gibt es natürlich auch sehr viele Menschen, die dann Probleme haben. Sehr viele Frauen, die dann eben einen Eisenmangel haben. Wobei komischerweise, dass bei den Männern mit der gleichen Ernährung oder einer ähnlichen Ernährung eben dann nicht der Fall ist. Und da muss man sich natürlich dann auch individuell Gedanken machen, wie entsprechend das Ganze zu gestalten ist. Wenn man jetzt wirklich sagen würde, ich möchte eine Sicherheit haben bei allen, dann würde ich dann eben von einer veganen Ernährung abraten. Vor allen Dingen natürlich von einer Rohkosternährung, weil gekocht macht die Sachen besser verfügbar, auch wenn bestimmte Vitamine dann weniger verfügbar sind. Ihr habt aber jetzt nicht auf einmal gar kein Vitamin C oder sonst was mehr drin. Das reduziert sich natürlich, aber jetzt auch nicht in den großen Mengen, dass es schlimm wäre. Wenn ihr das roh esst, habt ihr auch weniger Aufnahme. Wenn ihr das dann entsprechend kocht, habt ihr auch weniger Aufnahme, aber es ist besser verfügbar. Von daher macht es am Ende natürlich dann bei bestimmten Nährstoffen kaum einen Unterschied. Ketonkörpersynthese wird ja unter anderem durch den relativen Überschuss von Acetyl-Co-Enzym im Citratzyklus getriggert. Oder nicht im Citratzyklus, oder was auch immer. Warum ist da nach Abbau der Ketonkörper im Zielgewebe Oxalacetat? Das kann natürlich auch daran liegen, dass der Körper dann vielleicht alles ein bisschen überkompensiert, überproduziert. Man muss sich vorstellen, dass Ketonkörper dann gebildet werden, wenn zu viel Energie quasi zur Verfügung steht und der Körper diese Energie aber dann nicht wirklich verwerten kann in dem Mitochondrien. Dieses Acetyl-Co-Enzym, das ist quasi die universelle Tankeinheit oder Energieeinheit des Körpers, bevor sie eben in die Mitochondrien reingeht. Und wenn da zu viel sich einfach staut, wie jetzt vor einer Disco, wenn da 10.000 Leute vorstehen, dann ist es natürlich so, dass viele Leute wieder abhauen und in eine andere Disco reingehen. Und das ist dann die Ketonkörperproduktion. Das heißt, die kommen alle nicht dort rein. Und jetzt ist es so, wenn wir natürlich unseren Körper dran gewöhnen und das Ganze funktioniert und der Körper damit umgehen kann, dann kommen auf einmal alle in die Disco rein, weil wir deutlich mehr Eingänge haben. Und dann haben wir auch weniger Leute, die eben abhauen, also weniger Ketonkörperproduktion. Das heißt, dass ihr deshalb mit der Zeit über die Wochen auch weniger Ketonkörper nachweisen könnt, weil eben jetzt alle auf einmal reinkommen und eben nicht mehr abhauen. Ich hoffe, das war so ein verständliches Beispiel. Ich weiß jetzt nicht genau, was mit dem Zielgewebe und Oxalacetat eben dann gemeint ist. Da kann er mir gerne nochmal drunter schreiben, wo genau er das jetzt her hat. Und da können wir gerne mal reinschreiben. Aber grundsätzlich, dass die Ketonkörpersynthese natürlich dadurch durch den Überschuss entsprechend auch höher ist, ist richtig. Und das kann man hier natürlich gerne nochmal aufgreifen. Letzte Frage. Kriegt man von sehr viel Fleisch am Tag? Heute zum Beispiel als Sportler nicht frühzeitig Gicht? Das würde ich definitiv verneinen. Denn auch zeigt sich bei Leuten, die eben Gichtanfälle haben, dass eine ketogene Ernährung auch mit sehr viel Fleisch entsprechend die Werte verbessert, die Symptome verbessert. Ich gehe eher generell davon aus, dass gerade solche Sachen, rheumatische Dinge, Gicht, dass die immer auch damit zusammenhängen, dass Fruktose da eine Rolle spielt, dass eben zu viel Energie eine Rolle spielt, entzündliche Prozesse da eine Rolle spielen. Und dass es nicht per se vom Fleisch kommt, auch wenn man jetzt Purine oder sowas anguckt. ist es so, dass man natürlich dann gucken kann, okay, mit dem Leber sollte ich jetzt vielleicht nicht essen oder sowas. Aber es ist so, dass eventuell auch natürlich die Kombination aus den ganzen Sachen eine gewisse Rolle spielt. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit einen hohen Blutzuckerspiegel habe, Fruktose reindrücke oder ähnliches, dass es dann natürlich auch dazu kommen kann, dass dann Wechselwirkungen entstehen mit bestimmten Proteinen, Purinen oder was auch immer, dass die nicht ordentlich abgebaut werden können. Schlag mich tot. Ich kenne jetzt den genauen Kreislauf nicht, aber das ist eben dann das, was ich sehe bei den Leuten da draußen und was ich natürlich dann entsprechend auch als Rückmeldung bekomme, wenn die Leute mir sagen, oh, ich habe auf einmal den Zucker rausgelassen und auf einmal funktioniert bei mir alles wieder. Ich habe auf einmal keine Schwärzen mehr. Die Schwellungen gehen zurück und so weiter. Und da könnt ihr gerne mal drunter schreiben, auch für die Leute, die sich dafür interessieren, weil da bin ich natürlich nicht der Fachmann für. Ich kann eben auch nur aus den Rückmeldungen das Ganze sehen. Schreibt gerne mal drunter, wenn ihr dann solche Sachen bei Rheuma, Gicht oder so festgestellt habt, wenn ihr den Zucker rausgelassen habt, ob ihr immer noch Probleme habt mit den tierischen Produkten oder nicht. Auf jeden Fall wäre mir nichts bekannt, dass dadurch eben dann Gicht entsteht, gerade eben für Sportler. Ja, das war es auf jeden Fall mit dem ersten Teil und wir machen weiter mit den Fragen am nächsten Tag. Wenn ihr mich unterstützen wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Da findet ihr bei Patreon die Möglichkeit. Da gibt es auch meinen täglichen Podcast mittlerweile, den ich als Tagebuch führe und alles mögliche andere. Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt es gerne unten drunter. Kanalmitgliedschaft ist auch noch da. Da teile ich solche Sachen dann eben auch. und ansonsten Daumen hoch, kommentieren und natürlich auch teilen, wenn es für euch interessant war. Auf Instagram auch gerne folgen, damit ihr solche Fragen dann mitbekommt.